Der Drache erwacht. Und niemand in Tyria ist vor seinem tödlichen Zugriff sicher. Aber wir können unserem Schicksal entrinnen. Mit viel Stärke, Strategie und Einsicht. Silvane kann man nicht vertrauen. Sie folgen jetzt dem Drachen. Hört auf uns wie Monster zu behandeln. Wir sind nicht der Feind. Die Feindermordmeister werden nicht den Ölen verliebt. Und die Feindermordmeister werden nicht die Aufregung dort drehen. Seine separaten oder einfach mit derそうそう, die einfachen Funken ist. Untertitelung des ZDF, 2020